Herzlichst Willkommen zurück zu Yoshi's Island. Wir sind jetzt in dem Level. Ja, ihr könnt sehen, da ist ein Igel drauf. Stachelhöhle. Sie ist sehr stachelig. Auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht, keine Sorge, das kommt noch. Aber hier können wir auch schon mal einen Spezialbereich betreten, wenn wir uns richtig anstellen. Und zwar hier. Ein Spezialbereich der Höhle. Boah, es sieht doch einfach nur geil aus der Hinterkunft, oder? So, hier kriegen wir einen Schlüssel und haben eine Sonnenblume bekommen. Die können wir dann auch noch mal hochzacken. Oh, fuck. Oh, das war cool. Zack, zack, zack. Oh, nein, 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 hoch, hoch, hoch. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott. Eine verpasst. Ist zu verkraften. Boah, Alter, ich hasse diese Igel. Die verpasse ich immer so knapp. Also, sagen wir es mal so, ich übersehe sie immer. Ja. Man kann sie gut mit Feuer erledigen. Und hier ist der normale Eingang der Höhle. Mann, die doofen Viecher, die nervt. Diebische Mäuse. Oh. Oh. Seht ihr, was ich meine? Die sind so unscheinbar, die Viecher. Komm, mach irgendwas Cooles. Das ist sehr cool. Dankeschön. Oh. Sag mal. Ich kann diese Viecher echt nicht ab. Bis zum Verrecken nicht, ey. Die Durkken. Los, stirbt auf. Der war hinter mir. Der war behind me. Komm, schieben, 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 schieben. Wo kriegst du hin? Boom, jetzt hab ich mich platt gemacht. Schim, 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 schim. Und hoch. Da ist eine Blume und die will ich haben. Swing. Ein Samen. Ja, er macht sehr schöne Geräusche, ich weiß. Aber das haben so Samen an sich. Sag mal. Ich hab's heute nicht mit der Kontrollsteuerung. Kann das sein. Zack. 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 So, hoch und hoch und hoch und hoch und... Ah! Und activate. Fadam! Platsch. So, graben wir uns mal. Ja. Ähm. Ja. Der Hang kurz fest. Ist mir eigentlich völlig egal. Ist hier noch was? Nö. Schnell bevor uns das... Das kostet schon. Nein, haben wir geschafft. Zack. Boing. Boing. Und nochmal. Oh. Boing. Die. Was zum... Wie ging das denn eben, bitte? Jetzt sind wir hier oben und hier ist... Ist jetzt kein Igel? So, 30 Punkte. Ach, komm schon. War mir so klar. So, danke. Hau ab. Verbrenne deinen Arsch. So, nochmal. Hui. Rüber, 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 rüber. Oh, cool. Alle Münzis. Und hier rein. Oh. Eine Blume fehlt. Hier irgendwo war etwas. Schnell gucken, schnell gucken, schnell gucken, schnell gucken, schnell gucken. Nein, 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 nein. Ich höre hier eine Blume. Hier ist ganz eindeutig eine Blume. Toll, ich habe keine Eier mehr. Das ist doch... Schiss ist das hier. Ja, Yoshis epische Stellung. Während die Eier rausplumpsen. Nein. Aha. Wusste ich's doch. Ich wusste doch, hier ist noch was. Aber hier ist keine Sonne. Wo ist die Sonne? Das ist... Das ist... Fies. Das ist richtig oberfies. So fies, dass ich Angst kriege. Ach, egal. Wieder ein neues Aus-Screen-Level für mich. Whoopi-doo. Ist ja auch egal. Ganz genau. Das... Die Level widmen wir uns auch noch in diesem Part. Wir haben noch genügend Zeit. Bad Baden. Ganz genau. Wir landen sofort im Wasser. Das ist ein frisches Level. viel Wasser und so. Ong. Ausgenutzt, würde ich da sagen. Zack. Yay. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Neu, er ertrinkt. Er darf doch nicht einfach so ertrinken. Oh Gott, ich habe irgendwie meine Bedenken, das Level auch zu 100% zu schaffen. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach so ein Gefühl. Ah. Nein. Die haben mein Baby. Die haben mein Baby. Die haben mein Baby. Die haben mein Baby. Jetzt haben sie kein Baby mehr. Ganz vorsichtig. Hör auf zu hüpfen. Hör auf, hier wild durch die Gegend zu hüpfen. Das amüsiert mich kein... kein bisschen. Ist hier oben irgendwie etwas? Nee, kann man ja... denken. Aber war es nicht. Echt nicht? Nein, okay. So fetten Gestrüpp kann man ja nie wissen. Ähm, so. Aha. Aha. Da geht's runter und... hier ist schon wieder so ein U-Boot-Level. Ah. Die Welt ist wohl berühmt zu nerven. Dabei ist doch noch nicht mal meine Hasswelt. Oh, meine Hasswelt ist böse. Komm schon. runterlenken. Schießen. Hoch. Lenk, 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 lenken. Wusste ich doch, dass so rot war. Und... Zack. Ich habe gesiegt. Weiter. Ich hoffe bis jetzt noch nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Nichts. Nichts. Zing. Und... rote Münze. Ich mag rote Münzen. Du näherst, du näherst, du näherst. Oh Gott, du kranker Affe, ey. Ey, Samen. Yay. Und auffüllen. Genau. Dieses Geräusch war so episch, ich konnte einfach nichts sagen. Oh Gott. Oh Gott. Was sind das für Affen? Die denken so, höh, eine Atombombe, höh, schmeißen wir mal auf den Dino da unten. Sonst war alles klar? Oh, hier war nicht mal eine rote Münze. Wie traurig ist das denn? Das ist voll traurig. So, habt ihr sehen? Da oben. Ähm. Hallo? Mensch, zieh doch mal. So, ein Samen. Yay. Eine epische Sonnenblume greift sich in den Himmel. Und hier haben wir irgendwas mit Melonen. Hör auf, mich zu nerven. Ah. Hahaha. Oh, keine Eier mehr. No balls anymore. Und hier noch was. Ein One-Up. Ich will ihn nochmal kurz das hier testen. Und das hier. Okay, war nichts Besonderes. Und hier geht's runter. Hui. Pladatsch. Nee, dich, nehm ich so. Oh mein Gott, der hat, er hat meine Melonen gefressen oder was auch immer sein sollte. Wuh, 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 wuh. Die Viecher sind so behindert, ey. Gibt es etwas behindertes, behindertes, als diese Viecher? Ich meine, guckt's euch an. Was soll das? Jetzt mal ehrlich. Das ist nicht sehr amüsant. Nicht sehr amüsant. Hab ich ihm amüsant gesagt? Amüsant. Genauso ist es auch nicht. Zack. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Ist hier noch was? Ist hier noch was? Nö. Alles klar. Ah, vielleicht da oben. Und, na. Zing. In der Tat. Secret. Ich glaube, da komme ich nämlich sogar noch hin. Dort. Also rechts jetzt. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Nein. Verdammt. Komm. Dort lang, dort lang, dort lang, dort lang. Ich weise dir den Weg nach rechts. Dankeschön. Zack. Und zack. Oh, uah. Natürlich geht's nicht hier. Los, Dreh um. Und bei euch ist doch sicherlich... ein secret. Nein. Okay. Nichts. Oh, was bist du denn für ein süßes Vieh? Oh, er pumpt solches komisches Blasenzeug aus. Mit. Man kann ihn aber genauso töten wie jeder andere. Dein Ei. Ei. Ei, ei, ei. Nein. Hm. Da springe ich doch mal von dort oben, dann dorthin. Und dann mal gucken, ob dort was ist. Ich wette, da ist nichts, aber... Probieren geht über Studieren. Wir kennen dieses Sprichwort. Da, 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 da. Mal gucken. Nö, nö, nö. Nö. Gut, nun schleimiger alter Felsen, der nichts weiter zu bedeuten hat. Hui. Okay, haben wir sonst noch was? Außer komischen Hintergrund und schleimigen Boden. Öh, Fettlippenfisch. Mammutfisch, wie viel... Ah, okay, uns fehlen noch drei Münzen. Und er taucht unter und jetzt... Oh, der... Ich hasse diesen Fisch, ey. Der versucht uns immer aufzumampfen, ey. Ah, ich seh schon. Oh, puh. Was für ein Scheißfisch, ey. Wir haben keinen Schlüssel. Gehen wir den hier? Oh, alles klar. Mö. Ah, wieder Peng, Boom, Bang. Okay. Oh, fies. Egel. So. Ja, ganz genau. Treibe dich in den Selbstmord, edle Blume. Edle, dumme Blume. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ach, wartet mal, wartet mal. Wenn ich das richtig mache. Oh, verdammter, verdammter Fisch. Oh. Äh, ja. Was für ein edles Ei. Alter. So, genau. So, wir haben alle verdammten... Ey, wir haben das Level komplett. Eigentlich könnten wir es schon hinter uns lassen. Und es halt hier nur noch die Leiter, die uns schützt dann komplett vor den Fischen. Und dann wären dort, glaube ich, Mimis drin gewesen in den Wolken und so. Aber wir haben das Level komplett. Deswegen, wen interessiert's? Bänden wir es einfach. Yeah. Wuhu. Okay. Dann werde ich jetzt den Part beenden. Und im nächsten Part kümmern wir uns schon um den Endgegner dieser Welt. Oh yeah. Wer der Endgegner ist, das werdet ihr sehen. Ganz genau. Es ist eine Piranha-Pflanze. Aber das erfahren wir dann halt erst im nächsten Part. Bis dann erstmal. Ciao.